PayPal Geld senden Tippen Sie in der PayPal-App unten auf den Button Senden. Geben Sie anschließend Name, E-Mail oder Handynummer des Empfängers an. Im nächsten Schritt geben Sie den Betrag an, der überwiesen werden soll. Zum Schluss überprüfen Sie noch einmal Ihre Angaben und mit einem Tipp auf Senden wird das Geld überwiesen. Bis zum nächsten Mal.